hi grüß dich herzlich willkommen hier auf meinem youtube kanal ich bin papa liebt fleisch hammer barbecue ja und das ist mein reich meine kleine grillhütte was ich hier alles habe was ich hier alles mache bleibt dran ich erzähle es euch ja freunde was gibt es hier zu sehen ein kerl mit bad der am grillen ist der papa genau und der liebt fleisch aber nicht nur fleisch liebe ich liebe auch natürlich fisch ich liebe auch was süßes ich liebe auch pizza ich liebe eigentlich alles was esbar ist ja und auch trinkbar ist ja man muss es halt genießen können so ist es ja das leben genießen darum geht es hier in diesem kanal mit ein bisschen freude dabei mit manchmal einem zwinkernden auge ich freue mich darauf mit euch zusammen hier etwas zu grillen für euch zu grillen ich würde mich freuen wenn ihr natürlich diesen kanal abonniert wenn ihr kommentare da lasst ja wenn ihr auch euren freunden sagt da gibt es einen neuen kanal von dem youtuber papa liebt fleisch heißt der coole sache musste die angucken fände ich super wenn ihr das macht und wenn die natürlich dann auch noch abonnieren finde ich doppelt super das ist auch schon viel spaß jetzt bei meinem kanal papa liebt fleisch ich bin der papa und hier gibt es viel fleisch